Wenn du jetzt noch richtig viel Geld brauchst in GTA Online, dann check jetzt doch mal ganz kurz meinen Partner JG Gaming ab, denn dort kannst du dir dein GTA-Geld oder deine Level sehr günstig kaufen. Für alle Plattformen gibt es dort Artikel, es gibt dort Moneybooster, Undock-All-Accounts, also wirklich alle die Dinge, die ihr eventuell brauchen könntet. Eine Sache steht fest, es ist besser als Shark Card zu kaufen, denn ihr bekommt dort mehr Geld für weniger Geld und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung und ihr könnt bei JG Gaming auch noch Geld sparen, wenn ihr im Warenkorb bei den Rabattcodes noch meinen Code Piero angibt, dann bekommt ihr nochmal 10% auf eure Bestellung. Moin Leute und damit willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Piero. Wir haben ein neues Update in GTA Online erhalten, alle Infos darüber findest du natürlich hier in diesem Video, also bleib unbedingt dran. Lass diesem Video natürlich auch super gerne ein Like da, würde mich mega freuen und falls du es noch nicht gemacht haben solltest, dann abonniere jetzt auch ganz kostenlos meinen Kanal und mach auf jeden Fall die Glocke an, dann verpasst du keine Videos mehr und du hilfst mir auf jeden Fall zu den 50.000 Abonnenten. Jetzt werden wie immer noch ein paar Leute von euch gegrüßt, die im letzten Video einen Kommentar mit Hashtag Gruß geschrieben haben. Ein Gruß geht raus an Kawaii Zaya, dann geht ein Gruß raus an Affensalami, ein Gruß geht raus an Roman Mischlitz und dann geht noch ein Gruß raus an den Paul Schulze. Ja und wenn du auch in einer meiner Videos mal von mir gegrüßt werden möchtest, dann lass diesem Video einfach mal ein Like da und schreib einen Kommentar mit Hashtag Gruß. Und jetzt würde ich sagen, starten wir sofort rein in das heutige Video. Let's go! Ja wir haben tatsächlich heute ein neues Update in GTA Online erhalten, vorab für euch alle. Keine Sorge, es ist ein kleines Update, ein Background Update, also ihr müsst jetzt nichts herunterladen dafür. Ihr müsst nicht eure Playstation anmachen. Die Änderungen sind alle schon im Spiel verfügbar, eben ja mit einem Mini Background Update reingepatcht worden. Aber es gibt auf jeden Fall die ein oder andere gute Nachricht. Ich denke mal, darüber wird sich der ein oder andere eventuell freuen. Mit diesem Background Update wurde auf jeden Fall ein Gift Cast Your Friends Duplication Glitch gepatcht. Ich denke viele Glitcher wird das wahrscheinlich nerven und die werden wahrscheinlich denken, das ist eine richtig schlechte Nachricht. Es gibt aber auch natürlich die Gegenseite. Leute, die Glitchen nicht mögen, die werden sich wahrscheinlich freuen, dass ein weiterer Glitch gepatcht wurde. Also ja, der wurde bisher auf jeden Fall gepatcht. Weiter wurde ein neues Preisfahrzeug auf die Liste gesetzt und zwar für die kommende Eventwoche. Am Donnerstag wahrscheinlich eben für das Valentinstags-Event. Und zwar ist es der Rose-Welt. Ich denke viele von euch ja konnten sich das erahnen. Der ist ja eben das Valentinstags-Fahrzeug. Damit wird ja auch ein bisschen geworben und der wird dann sicherlich jetzt kommenden Donnerstag mit der neuen Eventwoche, die dann sicherlich auch die Valentinstags-Eventwoche sein wird, wie ich euch das ja schon in einer meiner letzten Videos gesagt habe, wird er sicherlich erscheinen. Zumindest wurde er eben auf die Preisfahrzeugsliste gesetzt. Und letzte Woche habe ich euch ja gesagt, da wurde der Komet S2 auf die Preisfahrzeugliste gesetzt. Und tatsächlich haben wir den Komet S2 derzeit als Preisfahrzeug. Viel mehr Änderungen gibt es jetzt schon gar nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass wir jetzt wahrscheinlich wissen, welches Preisfahrzeug wir halten. Außerdem wissen die Glitcher jetzt, dass sie den Giftcast to France Glitch nicht mehr machen können. Aber schreibt mir eure Meinung natürlich super gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Das sollte es soweit jetzt erstmal von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Zeigt es mir ja sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Und abonniert wie gesagt ganz kostenlos meinen Kanal und macht die Glocke an. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao Leute.